Ich dachte wir spielen Basketball? Erste Szene, komm eh mir Homo, zeig was du drauf hast. Guter Skill. Nicht dein Ernst, oder? Was kannst du eigentlich zu fitter Gag? Zweiter Versuch, vielleicht schafft es ja man Rios. Schöner Pass. Nicht dein Ernst, Möhenrius. Egal, jetzt sind Dick und Doof am Ball, vielleicht reißen die ja etwas. Scheiße, falsche Musik. Nein, das auch nicht. Schön gemacht von dem Newcastle-Spieler. Sag mal, was seid ihr denn hier? Was macht? Newcastle-Junge. Ja, mein bester Newcastle-Spieler, er war... Kurze Werbeunterbrechung. Kennen Sie das? Sie sitzen auf einem Stuhl, trinken Saskia und wissen nicht, was Sie mit Ihrem Leben anfangen sollen? Folgen Sie Emir Mono auf YouTube und Twitch, für die beste Unterhaltung. Beste Werbung ever. Gut, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt geht es richtig zur Sache ran. Oh mein Gott, Emir Homo am Ball, Emir Homo, Emir Homo, OMG einfach neuer 5-Sterne-Skiller. Hey Marius, was sollte das, du Knecht? Soll ich dich mal wegscheppern? Besser zu, so jetzt geht es weiter. Hallo? Hallo? Was passiert hier? Ich glaube, wir sollten mal die Kamera ändern. So, schon viel besser. Und noch einmal, in Zeitlupe. Emi hat Jakob einfach schlafen geschickt. Jakob im Schlaf. Welchen Witz könnte ich gleich bringen? Ich hab's. An den Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Du Hörzoll! Keine Sorge, die Sanitäter kamen sofort. Der Arzt meinte, er kann bald wieder Spaghetti essen. Einmal bitte gute Besserung in den Chat für Jakob. Oh mein Gott, einfach Ronaldinho und Neymar, zu wild Habibi. Hier, der Fettsack kommt immer näher. Der soll abhauen. Was will der Asylant hier? Hau ab! Hier, lass die Kamera in Ruhe mit deinen ekligen Händen. Gut, ihm geht's wieder besser. Das freut mich hier. Warum klaut er mein Ball? Na, warte halt. NANI?! OMAE WA MOU SHINDEIRU! LÄKERLÄK! LÄKERLÄK! Aber, was machst du da? EEEEY! AUA! AUA! Das hat, nein, das hat er jetzt nicht gemacht. Verliebt! Schwing die Hüften für uns, Baby. Ja, so gefällt uns das. Als wäre es, würde ich sagen, fände ich dir. Was soll ich denn? Als wäre es? Was soll ich denn? Das war ganz schlimm. Ich bin mir, was will noch sagen. Ich bin mir, was soll ich denn die Hüften für mich verstehen. gett.